Wo ist der? Ich bin gerade ein bisschen ruhig, aber warum nur, weil ich gerade panisch bin? Das sind jetzt Reflex-Situationen. Der zielt gerade nicht. Sobald er weiß, dass ich ihn jage, würde er auch versuchen, mich zu erschießen. Da sind noch Slugs. Take. Reload. Ja, da sind noch 15er Rounds. Lass jetzt mal her. Ich glaube nicht, die bringen mir. Ich glaube nicht, dass sie es bringen. Moment, der hat einen Marker auf. Aber Marker aufbringt mir gar nichts. So, nicht runterspringen. Runterspringen ist nämlich gefährlich für mich, weil ich mir danach Beine breche. Der weiß nicht, dass ich da bin. Oder wenn er es weiß, dann ist er weg. Oder ich. Ich muss zu lange an einem Ort bleiben. Auf offener Straße ein bisschen schneller. Hin und her gucken. Da oben kann er sein. Oh Gott. Wenn er zu mir kommt, bin ich gearscht. Wenn er auch eine Schraubflinte hatte. Bist du hier? Komm raus. Komm raus. Wo immer du steckst. Boah, liegen hier viele Brecheisen. Hallo? Alter. Der macht mich noch fertig. Ich glaube, der kam. Ich sehe Geister. Der macht mich ganz paranoid. Aber jetzt gehen wir auch mal auf die Jagd. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Mein erstes Mal und ihr seid live dabei. Oh mein Gott. Kann man auch so sehen. So. Da ist eine Leiter. Ich glaube, das ist ein Krankenhaus. Ich könnte mich da oben hinvercampen. Ich gehe da mal hoch. Hoffen wir mal, dass du mich da jetzt nicht von der Seite erwischst. Ich höre totes Spiel. Ich glaube, die Luft ist rein. Ich erinnere mich. Ich glaube, hier hatten wir unsere AK-Beiner gefunden. Der könnte auch ganz oben campen. Auf dem offenen Dach ist mir natürlich auch nicht wohl. Die Camper gucken niemals Übersicht. Das ist echt angenommenes Wissen. Wenn der Erzieher hochkommt und ich direkt neben ihm bin und er bemerkt mich nicht, dann kriege ich Panik. Hier ist nun ein Kerberpunkt, bringt mir nichts. Ich rieche totes Spiel. Ich rieche sie, 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 ich rieche sie durch den Monitor. Ja, super. Äh, nee, ich rieche sie nicht, sondern ich höre die fliegen. Fliegen. Da hat irgendwas gepult. Da! Pass mal auf. Markerhoff. Ja, wisch ich wahrscheinlich ihn nicht. Frank Castle. Alter. Nee. Ich lieg mich mal auf dem Boden. Alter! Das kann doch nicht angehen. 120 Meter entfernt. Alter. Der Typ, den wir die ganze Zeit stalken wahrscheinlich. Glaube ich. Oh, der hat ein Zombie gepult. Das heißt, der wird jetzt auf keinen Fall auf uns achten. Aber auf unser Gebäude, auf das Gebäude hier. Nicht zu nah an die Kante, sonst fahre ich runter. Ja. Äh, hier könnten wir unser Camper sein. Hm, hier wird schon die Jäger hier wohl schon im Kopfschuss. Ding Game Over Screen die Maschinen. Puh. Alter, wo ist denn? Oh, Nathan Drake, das war's dann wohl mit Anshater 4, hm? die möchte ich einmal runter ich weiß jetzt ungefähr wo es hingeht also ich hole mir wieder die Shotgun Komori Shotgun raus wir spielen Verfolger und Verfolger kann ich da durch? warte ich kann das auch machen ich glaube unter mir ist eine Tür cool hier kann ich spielen Alter, wo komme ich denn jetzt hier runter ohne runter zu fallen es könnte böse enden wenn ich da jetzt runter springe scheiße ja wir greifen die Lüfter auf wir sind in der Seite hey oh Gott ich hab grad so ne Panik ich hab grad so ne derbe Panik dass er mich hier runter schießt oder das irgendwer noch nicht das ist nicht der Typ ist der mich der mich das ein anderer mich sucht klein leider dauern gut hier ist wie das Gitter das heißt wir suchen jetzt mal diesen Spieler den wie ich hin für eine Aufnahme erwischen und danach ist alles aus was war hier vorher schon auf ähm was haben wir da da haben wir äh dieselbe Knarre nochmal okay alter ich finde hier eine Shotgun und richtig viel alter schau dir das mal an ne die ja bitte einmal die zwei nehme ich jetzt noch mit Gott da haben wir Zeug ne möchte ich ja nochmal anmerken jetzt geh ich trotzdem noch einmal hier hoch und wechsel doch einmal nochmal auf den Marker auf die sind mich aus Entfernung doch stärker äh hier liegt noch mehr da liegen noch Bandagen ich glaub diese Hütte ist richtig genial jetzt Stacheldraht dann könnte ich hier die richtig gut ver äh rammeln dass hier keiner durchkommt außer mir hier sind auch hier sind auch ähhhh oh Gott oh Gott oh Gott der an ja alter ist hier irgendwo ein Camper? noch ein größeres Camper als ich? ich glaub hier ist jetzt noch ein größerer Camper irgendwo der ist da gestorben sturm müsste könnte da oben mal gucken so durchlaufen im grünen namen so bin ja lehnt wo kommst du näher oben kommt und für beckers letzten dabei solche haben dass ich mal nämlich da für eine mitte auch nicht meint dort ist noch bank was ist der weg eigentlich weniger akkm hattest du noch aber alter ich glaube es geht los der typ hat mich gerade so erschrecklich und ich denke ich bin jetzt in einem spieler gelatscht also der hat mir erst mal einen schrecken eingehakt haben ganz schön sonst ist hier nichts dass man nie packt kann ich das mit einfach so benutzen nein damit übrigens die frage geklärt wo lief die gern der spieler war falls es wissen wollte und ich kann mich übrigens die wende glitschen merke ich wo franken beans ich kann ja eigentlich mal hier so machen und einmal hier nicht kein klasiert gut hier machen hallo um weg um kennenzulernen durch schreibt man kurz auf die sind die vielleicht jetzt dann um die warum geht es nicht ich lege mal kurz den bändisch und vielleicht muss ich das sowieso machen nötig ich gerne die bändisch wieder warum kann ich nichts essen flair hey es leuchtet jetzt irgendwie was essen warum kann ich nichts essen muss ich in den rearm warum kann ich nichts essen bin ich satt oder ich probiere es mal mit pepsi kann ja nehmt paint glass kann ich auch nicht nehmen ich weiß nicht was los ist aber ich kann nichts essen naja für den no-show habe ich das dann ach jetzt macht das aber mal oder was jetzt hat er gegessen mit verzögerung und er hat es gegessen oder gefallen lassen sonst kann ich jetzt noch eine munition mitnehmen so was haben wir dann ich verbarge mir gerade mein essen und trinken aber egal dafür habe ich am kumpel jetzt reicht aber habe ich jetzt noch von dann geht es mal raus und ich hoffe mal jetzt finde ich den spieler ich habe euch gerade eure zeit verschwenden tut mir leid das wird eine lange aufnahme ich werde das am besten mit punkt 4.3.2 so punkt 1 machen 1.1.1.2 das ist jetzt also zwei punkt okay dieser back mit den ähm könntest du damit jetzt wieder aufhören du bist auf freiem feld ne jetzt reicht es aber auch irgendwie hört sich damit auf das ist nämlich was ist das normal nö wenn wir nicht in der Nähe von zombies sind da wird es dann doch ein bisschen lästig wenn ich dann da sitze und irgendein imaginäres essen in die rein stopfen und da wenn ich zombie anfällt das wäre auch wieder ein bisschen suboptimal das ist gut mein Kind höchst du jetzt mal auf damit alter nie pass mal auf es gibt warte mal es gibt er hat gerade gesagt dass es gegessen hat Triumph mit Schirmen dort so jetzt habe ich mein jetzt konsumiert ist zwar mir nachdem ist genommen haben war auch ich konnte im Doppel Klos Dormann cool alles in Ordnung mit ihr Kumpel mit sagt man nämlich dass ich das ganze Zeug gegeben hat Mingrote sind wir wollen wenn Helikopter zusammenbauen und teilnehmen das so größere als ich ich glaube das gab das verbakt sich wert einfach mal kurz hier die Tür schließen so jetzt werde ich mal kurz bänden und wir sehen uns dann in der nächsten auf an an es eine und Vielen Dank.